Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man diesen automatischen Brunnen baut, bei denen irgendwelche Items herunterfallen können. Ihr könnt festlegen, welches Item runterfällt. Eigentlich eine relativ einfache Schaltung, also für, wenn ihr Redstone-Beginner seid, genau perfekt. Aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die zu beachten sind. Deshalb, liebe Leute, ein kleines Tutorial, wo ich euch auf alles hinweise, was ihr bei diesem Brunnen zu beachten habt. Ihr fangt an, indem ihr erstmal mit Honig, und wichtig ist, dass wir Honig nutzen, denn das ist ja der Gag des Bruns, dass die Items langsam am Honig heruntergelibbern, eine Fläche vorbereitet. Die Fläche kann so breit sein, wie ihr wollt, und so hoch sein, wie ihr wollt. Tatsächlich ist das komplett egal, wie hoch ihr die Fläche macht oder wie breit ihr die Fläche macht. Dort unten baut ihr ein Auffangbecken. Und beim Auffangbecken ist es wichtig, dass ihr mit Wasser möglichst die Items irgendwo hinleitet. Sollte euer Brunnen jetzt über acht Blöcke breit sein, haben wir ja ein kleines Problem mit dem Wasser da unten. Und zwar, vielleicht seht ihr das ja schon so hier im Moment, wenn wir ein Auffangbecken haben, Wasser läuft ja irgendwann nicht mehr weiter. Kein Problem, ihr Lieben. In diesem Fall einfach das Ganze erweitern, einen Block tiefer gehen, an dieser Stelle ein Wasser hinsetzen. Wichtig ist, dass ihr nicht zwei Wasser hinsetzt, sondern immer nur ein Wasser hinsetzt. Und ihr baut das dann, wie gesagt, so lange weiter, bis ihr es geschafft habt, alle Items, die hier reinfallen in dieses Doppelschacht-Ding, bis ihr an einer Stelle rauskommt. Das heißt, bis ihr irgendwo an einer Stelle eure Wassereitems hingespült bekommt. So, an diesem Design habe ich das hier gemacht. Wenn ihr das geschafft habt, nehmt ihr euch einmal Packed Ice dahinter und setzt zweimal Packed Ice hier hin. Setzt einmal hier einen Block hin, an diesem Block dran, packt ihr euch ein Schild. Anschließend schnappt ihr euch einmal Soul Sand, oder beziehungsweise ihr schnappt euch erstmal normalen Sand, wenn ihr im Survival seid. Geht hier hinter einem Block nach unten, baut hier den Sand hin und baut als nächstes mit irgendeinem Material. Okay, ich weiß, im Survival-Spiel ist das ein bisschen dekadent, jetzt hier mit Eisen das zu bauen. Aber ihr müsst jetzt einen Schacht bauen. Ich empfehle euch, den Schacht aus Glas zu bauen, damit ihr auch seht, dass da Wasser drin ist. Und ich mache das mal eben kurz. Gesagt, getan. Da haben wir den Schacht. Als nächstes schnappt ihr euch einmal Wasser. Und jetzt kommt der kleine Trick. Ihr könnt das Wasser hier oben einmal hinsetzen. Ihr solltet jetzt hier oben irgendwie erstmal ein bisschen Glas drauf bauen. Und zwar am besten so, wie ich das jetzt mal gemacht habe. Und zwar genau so. Ihr setzt dann nochmal hier oben einmal Wasser hin. Das Wasser läuft jetzt runter. Jetzt schnappt ihr euch Kelp. Das findet ihr ja relativ häufig in Minecraft. Und das ist so der kleine Trick, wie ihr einfach etwas schneller so eine Wasserstraße nach oben zieht. Indem ihr einfach hier mit Kelp das Ganze ausfüllt. Und dadurch wird alles, was im Schacht drin ist, zu solidem Wasser. Also zu richtigen Wasserblöcken. Könnt ihr den untersten Kelp abreißen. Und ihr platziert dann hier unten einmal einmal den Seelensand. Der dafür sorgt, dass die Items hier hochgeboostet werden. Und etwas schneller hier oben ankommen. Das ist der erste Schritt zu eurer Vorbereitung. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch überprüfen. Wichtig ist, dass euer Becken, euer Auffangbecken hier unten zwei Blöcke breit ist. Also es würde nicht funktionieren, wenn ihr das so macht. Schaut her, wenn ihr jetzt hier ein Item runtergleitet, kann es passieren, wie ihr gerade seht, genau, dass das Item da stecken bleibt. So, nicht weiter geht. Deshalb muss das Auffangbecken unten zwei Blöcke breit sein. Kleiner Pro-Tipp von mir. Damit ein Spieler hier unten nicht reinfällt. Es ist doch nicht unser Ernst, oder? Sehr gut, aber bitte. Okay, wer mich ein bisschen kennt, der weiß Bescheid. Das ist Murphy, Leute. Immer wenn ich anfange, Redstone-Techniken zu bauen, gibt es Spione, die sich die Technik angucken. Und man findet dann auch kurze Zeit später ein Tutorial auf YouTube. Also ich bin gespannt, wer dieses Mal der Spion ist. So, wie dem auch sei, ihr baut hier unten ein Glas hin. Das ist der große Vorteil, sodass ein Spieler hier nicht reinfallen würde. Aber die Items weiterhin nach unten in die Technik reingelangen. Nun kommen wir zu dem interessantesten Teil der Technik. Und zwar das Ding, was überhaupt erstmal unseren Honig hier oben bestückt. Ich empfehle, oben eine zwei Blöcke dicke Decke zu machen, damit es nicht tropft nach unten. Das Ganze wirkt dann halt alles ein bisschen schöner. Was ihr jetzt macht, ist folgendes. Zwei Blöcke dicke Decke. Zwei Blöcke dicke Decke. Wow, was für ein Zungenbrecher. Sagt das mal ganz schnell hintereinander. Zwei Blöcke dicke Decke. Zwei Blöcke dicke Decke. Zwei Blöcke dicke Decke. Ui, alles klar. Cool. So, also Bassin bauen wir hier oben. Also quasi eine Art Gefäß. Schaut euch an. So machen wir es am besten. Ihr könnt natürlich ein anderes Baumaterial benutzen. Zwei Blöcke muss die Decke dick sein. Genau. Das habe ich jetzt gerade nicht beachtet. Also zwei Blöcke dicke Decke. Und dann machen wir hier oben einmal das hier. Ziehen einmal wirklich so eine Art Gefäß. Und jetzt müssen wir mit dem Wasser ein bisschen anders umgehen. Das heißt, erstmal schnappt ihr euch Schilder, die unser Wasser aufhalten. Wichtig ist, dass die Schilder dann hier an den Honig dran gemacht werden. So, zapp, 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 zapp. Wunderbar. Und jetzt könnt ihr euch Wasser schnappen. Und könnt das Wasser einmal hier in einer Reihe hin tun. Das ist wichtig, dass ihr eine Reihe nehmt. Als nächstes schnappt ihr euch einen Dropper. Und ihr braucht es bei uns einen Block, um ein bisschen was abzuzählen. Jetzt fangt ihr an. Schaut euch das an. Hier ist ein Feld von dreimal drei Blöcken. Das müsst ihr euch vorstellen. So, das hier ist jetzt das erste Feld. So, und dann geht es weiter. Dann würde jetzt das nächste Feld kommen. Und ihr seht schon, guck mal, hier zum Beispiel können wir das sogar noch ein erweitern. Ihr seht, wir können sogar das Ding noch größer machen auf beiden Seiten. Ich empfehle euch, rechts immer einen Honigblock leer zu lassen. Also, wie ich es hier gemacht habe. Aber ihr könnt diese Wassertechnik hier oben auch einfach vergrößern. Wie ihr das jetzt macht, ist egal. Kleiner Pro-Tipp, wie gesagt, von mir. Ich würde es empfehlen, dass ihr rechts noch einen Honigblock freilasst, wo nicht das Wasser drauf fließt. Denn manchmal werden Items direkt an den Rand geboostet. Und dann kann es unter Umständen passieren, wenn ihr Pech habt, dass das Item nicht ganz den Wasserschacht da unten trifft. Deshalb, mein Tipp an euch, lasst rechts und links einen Block mehr frei. Das mache ich jetzt an dieser Stelle mal nicht. So, ihr seht, wir haben jetzt hier 3x3 Felder. Und zwar immer, wo ein 3x3 Feld ist, gehen wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach oben. Der sechste Block wird hingesetzt und daran wird ein Dropper gesetzt. So, dass dieser Dropper quasi 1, 2, 3, 4 Blöcke zum Wasser frei hat. So, und dann können wir 1, 2, 3, 4, können wir alle 4 Blöcke einen weiteren, also alle 3 Blöcke abstellen, einen weiteren Dropper setzen. So, beziehungsweise alle 2 Blöcke, je nachdem, wie wir die Items sprengen wollen. Je mehr Dropper wir jetzt hier oben hinsetzen, desto verrückter sind die Items verteilt. Da seid ihr auch ein bisschen, ja, könnt ihr euch ein bisschen entscheiden, wie ihr das lustig findet oder wie ihr das Ganze machen möchtet. Als nächstes müssen die Items natürlich wieder zurück in die Trichter reingebracht werden. Und das ist jetzt, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, für die ich euch kurz zeigen möchte. Möglichkeit 1 ist die einfachste Möglichkeit von allen. Ihr baut zwei Trichter hier dran, setzt einen Trichter jetzt hier drauf und führt den anderen Trichter so hier drüber. Und der Rest geht dann hier zu unserer Wasserquelle. So, die Wasserquelle muss jetzt ein bisschen höher gebaut werden. Das Ganze muss nochmal kurz verbindet werden. Schwupp, und dann sieht das Ganze so aus. Vergesst bitte nicht, hier oben noch einen Block drauf zu tun, weil sonst die Items da ruhig rausfliegen. So, das ist jetzt die einfachste Möglichkeit. Die Items würden sich jetzt einen Weg suchen und zwar einmal hier runter in, ne, die Items gehen jetzt hier entlang, gehen hier runter in diesen Trichter, in den Dropper rein. Angenommen, wir würden jetzt das mal mit Redstone-Blöcken bauen. Es gibt nur einen großen Nachteil bei dem System und zwar muss jetzt erst dieser komplette Dropper voll mit Redstone-Blöcken sein. Und der Trichter dahinter muss voll mit Redstone-Blöcken sein. Und erst dann können die weiter fließen zum nächsten Dropper. Das heißt, wenn das alles voll ist, geht es weiter zum nächsten Dropper. Falls ihr der Meinung seid, dass das tatsächlich euch zu lange dauert, dann müsst ihr das Ganze mit einem anderen Verteilmechanismus lösen. Also angenommen, das ist jetzt Dropper A, dann haben wir hier Dropper B. Angenommen, ihr habt jetzt mehrere Dropper hier oben, ihr habt nicht so viele Items, ihr nehmt irgendein wertvolles Item, dann könnt ihr auch einen relativ einfachen Mechanismus nutzen. Und zwar mit einem Minecart, beziehungsweise mit einem Minecart-Gewichtsverteilmechanismus. Auch den möchte ich euch kurz einmal zeigen. Alles, was wir dafür bauen müssen, ist hier über das Ganze eine Straße mit Minecarts. Dann machen wir jetzt hier folgendes. Wir gehen einen Block hier nach oben, machen die Schiene einmal so hier hin, setzen hier eine Trapdoor hin und hier einen Knopf hin. Das hier machen wir weg, setzen hier einen Block drauf. Und wenn wir jetzt hier einen Minecart draufsetzen, seht ihr, steht das Minecart hier. Und wenn diese Tür sich öffnet, fährt das Minecart los. Vergesst natürlich nicht, wie ich jetzt gerade so dumm, die Schiene zu bepowern. Also das Minecart fährt immer erst dann los, wenn diese Tür offen ist. Wir nehmen allerdings jetzt kein normales Minecart, sondern wir nehmen ein Trichter-Minecart. Setzen jetzt von hier aus einmal einen Komparator an, beziehungsweise ich mache das mal auf die andere Seite, dass wir jetzt nicht hier die Technik der Dropper stören. Wir setzen jetzt hier einmal einen Komparator an und machen eins, zwei Blöcke einmal so und einen dritten Block nach oben dort. Beziehungsweise wir können auch einfach hier einen Block hinsetzen. Genau, das ist die elegantere Variante. Jetzt ist es so gebaut, dass das Minecart erst dann losfährt, wenn genug Items im Minecart drin sind. Das heißt, ich werde jetzt anfangen, hier Items reinzutun. Ihr seht, es passiert erstmal nichts, bis dann irgendwann so viele Items im Minecart drin ist, dass das Minecart losfährt. Das Minecart verteilt die Items und fährt jetzt so lange los, bis nicht mehr genug Items im Minecart drin sind. Und verteilt auch gleichmäßig dabei die Items überall. Und das ist das Schöne, dass Minecart, wie ihr macht das jetzt so lange, bis nicht mehr genug Items im Minecart drin sind. Und die Items könnt ihr einfach von hier oben, also entweder lasst die Wasserstraße direkt da reinleiten mit den Items, das geht. Oder ihr macht es halt ganz simpel, ihr geht zwei Blöcke nach oben, da ist ein Trichter gesetzt. Ja, wirklich, dass ein Block hier frei ist und über diesen Trichter könnt ihr dann eure Items hier in das Minecart reinleiten. Das heißt, da laufen die Items rein. Ihr seht, das geht sogar recht zackig. Und das ist jetzt sozusagen das hier oben. Das ist euer Verteilmechanismus, wenn ihr mehrere Dropper anstellen möchtet. Zu guter Letzt braucht ihr noch eine Technik, die dafür sorgt, dass das ganze Ding an- und ausschaltbar ist. Das ist auch relativ einfach. Was ihr braucht, ist eine Comparator-Clock, also Comparator setzen, vor den Comparator-Repeater setzen, Rechtsklick auf den Comparator machen, einmal hier einen Repeater, einmal da einen Repeater, Strom, Strom, Strom und fertig. Und immer, wenn wir jetzt hier Strom draufsetzen, seht ihr, läuft diese Clock. Leute, wenn ihr noch zu den Menschen gehört, die irgendwo auf YouTube gesehen haben, dass man so auch eine Clock bauen kann, ja. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die eine Clock so bauen, ja, dann bitte ich euch, Leute, dass ihr dieses Design vergesst. Das ist das dümmste Design für eine Clock, was man nun in Minecraft haben kann. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, wie diese Clock schiefgehen kann. Eines der gängigsten Möglichkeiten ist, ihr geht plötzlich eines Tages auf eure Welt und die Clock sieht so aus. Das läuft nicht mehr. Denn durch Lags und durch Chunk-Borders oder zum Beispiel jetzt, wenn die Clock genau auf der Grenze zwischen zwei dieser Ladeeinheiten, Minecraft ist in so 16 Ladeeinheiten unterteilt. Spoiler, alles, was man sieht, ist geladen. Alles, was man nicht mehr sieht, ist nicht mehr geladen. Und stellt euch vor, eure Clock befindet sich jetzt irgendwie in einem Zustand, wo sie hier über eine Ladeeinheit drüber geht. Das heißt, ein Teil ist in einem Chunk, der andere mit in einem anderen Chunk. Ganz ärgerlich, gibt Probleme. Wenn ihr eine Clock baut, ist die einzig wahre Clock, die ihr baut, Komparator, vom Komparator, ein Stromsignal wieder zurück in den Komparator. Das ist die Clock, rechtsweg auf dem Komparator, volles Signal hinten rein. Das ist die Clock, wie ihr sie baut. Ihr seht, wenn ich jetzt Strom aufpacke, äh, stopp andersherum, ha, 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 guck, ich weiß noch nicht mehr so. Das ist der einzige Clock, wie ihr baut. So, und das ist eine relativ schnelle Clock. Ihr könnt die Clock noch schneller machen, indem ihr einfach direkt hier Ratsun dran macht. Das ist schon wirklich eine super, super schnelle Clock. Dann, wie gesagt, die etwas langsamere Version der Clock ist einmal, wenn ihr, wie gesagt, einen Verstärker hier reinpackt. So, und wichtig ist, dass hier hinten immer ein Verstärker drin ist. Das ist auch ein wunderschönes Design für eine Clock. Den Verstärker könnt ihr jetzt einstellen, wie schnell die Clock ist. Ihr könnt einen zweiten Verstärker hintun, um die Clock langsamer zu machen. Spoiler, ihr könnt hier so viele Verstärker dazwischen klatschen, wie ihr wollt, um die Clock immer langsamer zu machen. Und wenn die Clock so richtig langsam sein soll, dann macht ihr hier zwei Verstärker, also immer so, dass hier zwei Verstärker sind. Einmal Redstone. Nehmt weitere Komparatoren, die ihr dann zum Beispiel so hier hinlegt. Macht hier einen Block hin, das ist jetzt die Expertenversion, Leute. Das ist die Expertenversion einer Uhr. Seht, wenn ich jetzt hier Strom drauf leite, dann ist das die langsamste Uhr oder eine sehr langsame Uhr, die echt auf wenig Platz, guck mal, guck mal, wie lange die Uhr braucht, bis die ein neues Signal ausgibt. Und Achtung, jetzt gibt es ein Signal aus. Ihr seht, wie langsam die Uhr ist. Guckt euch das an, wie langsam diese eine Uhr ist. Und das ist das Besondere. Also ihr könnt bessere Uhr-Design machen, gewöhnt euch das ab. So, wir haben jetzt genau dieses Design hier oben. Und das Schöne ist von allen, es ist ganz, ganz leicht an- und ausschaltbar. Und wenn ihr es anschaltet, wird auch nie etwas übersprungen. Eine Phase wird nie übersprungen. Ihr seht, selbst wenn ihr den An- und Ausschalter spoilert, es gibt keinen Ärger mit dieser Uhr. Sie kann nicht durchbrennen, etc. Also tolles Design. Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einmal ein Signal da reinleiten. Und das andere Signal würde ich dann immer, also ich würde immer ein Signal direkt in den Trichter leiten. Und einmal ein Design, einmal dann quasi verneint. Das heißt, wenn ihr jetzt mehrere Trichter habt, würde ich wieder hier ein Signal per Fackel reinleiten. Beim nächsten Trichter würde ich das Design wieder per Links reinlassen. Also dass quasi immer die Trichter so rechts und links geschaltet werden. Warum? Items können sich zusammen stacken. Das heißt, wenn ich jetzt hier Redstone hinwerfe und ich werfe hier Redstone hin. Ah, das ist noch gut gegangen. Ich werfe dazwischen Redstone und da, da, habt ihr schon gesehen. Hupp, die stacken sich zusammen. Das heißt, die verbinden sich zu einem Haufen. Das ist in Minecraft eine lustige Regelung, aber kann auch manchmal euch den Brei hier verderben. Fertig. Das war's. Damit ist das Ding fertig. Ihr legt den Schalter um. Und wir sehen jetzt hier von unten einen echt coolen Redstone. Und ihr seht, das Redstone wird auch echt gut hier verteilt auf dem ganzen Bund. Und da sehen wir zum Beispiel in Redstone, was hier direkt am Rand ist. Und da ist genau das passiert, wovor ich euch gewarnt habe. Weil wir hier an den Rand das Ganze gebaut haben. Deshalb, wie gesagt, nochmal meine große Empfehlung an euch. Am besten das so machen. Vergesst auch nicht hier oben nochmal Wände zu ziehen, dass die Items nicht verspringen. Also wenn ihr vor allem die Spender nah am Rand habt, macht da Wände hin, dass die Items nicht verspringen können. So, und da habt ihr es jetzt geschafft. Ihr seht, jetzt guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Ich bin mal wieder ganz angetan davon, was in Minecraft alles möglich ist. An dieser Stelle war es das soweit. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Feind Tutorial ein bisschen was über Redstone beibringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Tschüss.